Von diesem jungen Mann hier könnten wir alle eine Menge lernen, denn unser... Rüdiger! Gut, Rüdiger! Liebe Haterschaft, schön, dass ihr es wieder auf meinen Kanal geschafft habt. Heute ist ja zum Glück nichts von Reini erschienen, zumindest bis jetzt, ich hoffe, das bleibt so. Deswegen können wir uns mal Classics widmen. Heute Vlog 101, 102 und 103. Schauen wir mal, was Reini aus seinem Leben mitzuteilen hat. Wollen wir gleich mal loslegen, wir sehen hier schon eine wunderschöne Aufnahme. Hauptsächlich sein Schwelles, wieder mit einer sehr komischen Frisur. Erinnert ein wenig an ein Vogelnest, ganz komisch. Naja, dann hau mal rein. Ja, ich hab mir gedacht, ich mach mal wieder einen Vlog, wo ich ein bisschen rumlatsche. So, ähm, eigentlich will ich euch gar nichts zeigen. Das ist eine gute Voraussetzung. Du latsch ein bisschen rum, hast nichts zu zeigen. Wenn man nichts hat, dann sollte man auf jeden Fall einen Vlog aufnehmen. Das ist Entertainment, da freuen sich alle Zuschauer. Ich will mir nur eine Pizza machen. Ich hab jetzt... Ja, Diätfutter, sehr schön. Ich hab jetzt gerade einen, äh, fast viereinhalb Stunden Livestream hinter mir. Ähm, an meinen Pizza... Äh, an meinen Pizzaofen. Äh... Das denke ich mir jedes Mal, wenn ich dich sehe. Aber ich denke es mir nur. Ich muss hier rauf, wenn meine Pizza aus der Geflitzung jetzt so hoch... Schöne Perspektive übrigens. Da sieht man dieses Vogelnest mal in seiner ganzen Pracht. Und? Das ist eine schöne Diablo-Pizza. Das ist von Luigi. Ja, schön die Fertig-Pizza. Bei mir gab's heute auch Pizza. Selbstgemachter Teig, selbstgemachte Tomatensauce und schön belegt mit Sardellen, Zwiebeln und Oliven. Hat hervorragend geschmeckt. Kann ich jedem empfehlen. Ähm... Ich hab heute eigentlich nichts anderes gemacht. Gefrühstückt. Ich hab eine Folge, äh, Naruto geschaut. Ähm, ich hab... Ich schau's jetzt mal wieder an. Seit langem. Ich schieb mir schnell die Pizza in den Ofen. Alexa. Pizza-Timer 15 Minuten. Auf geht's. So. Das ist echt eine Videoperspektive. Einfach gruselig. Ähm... Oder ich mach jetzt noch ein Kommentar-Video fertig. Das wird wieder ewig dauern zum Bearbeiten. Aber gut, was soll's. Und dann kommt noch der Vlog heute. Und das denke ich, für heute reicht's dann auch. Ähm, 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 ähm... Reini ist echt hart am Schuften. Vlog aufnehmen, wo nichts passiert. Viereinhalb Stunden Datteln. Jetzt noch irgendwelche Kommentare kommentieren. Das ist wirklich harte Arbeit. Das sollte das eigentlich ganz gut hinhauen. Ansonsten muss ich mal schauen, wie ich das Ganze anstelle. Das andere Video errendert gerade schon. Das auch noch. Das muss Reini auch noch erledigen. Meine Güte. Was der alles macht. Äh... Achso, das kann sein übrigens, dass der Vlog aktuell noch kein Thumbnail hat. Weil ich bin noch nicht dazu gekommen, das neue Thumbnail zu machen. Einfach zu viel zu tun. Kann ich verstehen. Bei deinem Lebenswandel. Und ab dem... Äh, ich werde es auf jeden Fall nachreichen, natürlich. Thumbnail. Thumbnail. Egal. Und ich bin ziemlich im Arme. Ja, kann ich auch verstehen. Wenn man sich so viel bewegt wie du, der Kreislauf überhaupt nicht hochkommt, dann ist man halt auch immer müde. Vieles, was du immer hörst, du huckst doch nur den ganzen Tag vom Recher und gamest. Naja, das mag schon sein, aber auch das ist anstrengend. Es ist vielleicht nicht hier anstrengend, aber dafür hier. Äh, zumal... Also in deinem Puddingärmchen ist es nicht anstrengend, aber in der hohen Birne dafür umso mehr, oder wie? Was soll denn daran anstrengend sein? Ich kann verstehen, dass es ein bisschen schlaucht nach einer gewissen Zeit. Aber du bist halt am Daddeln. Und dann noch mit irgendwelchen Kinderspielchen. Wo ist denn da die Herausforderung? Man pennt doch höchstens ein, weil es langweilig ist. Wenn man sich die ganze Zeit versucht zu konzentrieren. Und jetzt fährt mein Nachbar hier schön laut vorbei. Danke fürs Gespräch. Ja, wahrscheinlich mit dem Traktor, weil er gerade zur Arbeit fährt oder von der Arbeit kommt. Es gibt halt Leute, die gehen einer nützlichen Tätigkeit nach. Ich bin übrigens wundert über die Regengeräusche im Hintergrund, wenn man die überhaupt hört. Äh, ich hab so einen Entspannungsdinger. Ja, auf die Idee muss man auch mal kommen. Während man ein Video aufnimmt, im Hintergrund irgendwelche Geräusche noch laufen zu lassen. Damit das ja störend wirkt. Also, da scheint echt der Narzisst einfach durchzukommen. Es ist wichtig, dass er seine Entspannungsmusik hat. Nicht, dass irgendwer, der Zuschauer, irgendwas verstehen kann. Damit ich mich ein bisschen entspanne. Wir wissen, wie du dich entspannst. Bitte lass es. Und es wäre mal schön, wenn du die Hand vorm Mund nimmst. Du filmst dich selber, falls du schon vergessen hast. Der Nachteil ist, dass ich solche Sachen zum Anschlafen höre und jetzt werde ich müde. Tschüss, tschüss. Ja, das ist auch wahnsinnig clever. Jetzt musste ich das Bild ein bisschen bearbeiten. Reini zeigt mal, wer die öffentliche Straße. Das ist natürlich nicht erlaubt. Ich will mich auch nicht strafbar machen. Er selber hat ja die Konsequenzen dafür gespürt. Er wurde angezeigt und musste auch eine Strafe dafür bezahlen. Hat sich, glaube ich, auch richtig gelohnt. Das muss ich nicht unbedingt haben. Wenn irgendwas passiert, werde ich euch das sagen. Aber ich kann es euch leider nicht zeigen. Aber ich habe hier für Reini diesen kleinen schwarzen Kasten gebaut. Sieht aus wie sein kleines persönliches Gefängnis. Steht ihm ganz gut, finde ich. Wir haben jetzt 11.38 Uhr. Es sind mal wieder vier Idioten vor meiner Haustür. Idioten sind vor deiner Haustür. Was machen die denn schon wieder Böses? Wir haben... Also ich kann einfach nur sehen, dass die da stehen. Die stehen halt vor seinem Tor und gucken ein bisschen rum. Und Rainer macht das, was er immer macht. Müde sein. Ich habe mich jetzt oft geweckt, weil die ganze Nacht wieder Randal war. Unter anderem eine Kugelbombe bei mir reingeschmissen wurde und so weiter. Hast du Beweise dafür, Reini? Ich weiß nicht, wie oft das vorgekommen ist. Es gibt ja Videos von einer Kugelbombe. Naja, fand ich jetzt auch nicht so geil. So ein Ding bei ihm da reinzuschmeißen. Aber naja. Ist halt passiert. Beleidigen und so weiter. Das würdest du ja nie tun. Du hast ja glaube ich noch nie jemanden beleidigt. Also Reini, du bist die moralischste Instanz, die ich überhaupt kenne. Und mich unter anderem als Väter Oger bezeichnen. Ja, wie kommt man denn auf sowas? Väter Bastard und was weiß ich alles. Schreien, du Väter Oger, du Väter Arschloch, du Väter Mast, Sau und was weiß ich noch alles. Ja, jetzt fliegen Sachen aufs Haus. Äh, lieber bin ich all das, als sowas wie das, was sie sind. Ja, irgendwelche Kleinigkeiten sind gerade irgendwo in den Hof geflogen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das fällt nicht wirklich aus. Sie verschwinden halt irgendwie im Restmüll. Weil letzten Endes ist es das, wenn man so weit unten angekommen ist, dass man sowas nötig hat, was die abschließt. Ja, es tut mir auch leid für dich, Reini. Aber ich sag's schon mal voraus, das wird noch schlimmer. Du wirst deine Schanze verlieren, du wirst obdachlos, du wirst irgendwann sogar deinen Führerschein verlieren, dein geliebtes Auto, diesen babyblauen Ford, diesen komischen Pritschenwagen, wofür du den auch immer brauchtest. Aber es geht noch ein bisschen bergab. Auch körperlich wird's nicht besser. Auch deine mangelnde Zahnhygiene wird sich irgendwann auf deine Zahngesundheit ausschlagen. Und naja, einen Zahn hast du irgendwann verloren. Und naja, wir warten ja noch auf die Bugs Bunny Staffel. Aber ich bin mir sicher, die werden wir bald erleben. Naja, man ist mir ganz unten angekommen. Und der einzige Weg, den es da noch gibt, ist noch weiter nach unten. Und ganz unten angekommen. Wie ich gesagt hab, Reini. Aber es ist nicht mehr weit für dich. Kommen sind sie dann, wenn sie über meinen Zaun klettern. Äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hab sowas nicht nötig. Nee, Reini, du schlägst lieber, nachdem du dich in Gebüschen versteckt hast, auf vorbeifahrende Autos ein. Oder gehst halt nur durchs Tor, vor's Tor und greifst kleinere und jüngere an. Das sind halt eher Sachen, die du nötig hast. Das wissen wir. Umso länger die so eine Scheiße abziehen, umso länger die so einen Scheiß bauen, ähm, umso weniger werden sie sich hinterher davon erholen, weil sie letzten Endes eben ganz unten sind und auch ganz... Wovon sollen sie sich denn erholen? Das sind vier Jungs, die scheinen ihren Spaß zu haben. Die sind zu dir gekommen, haben Spaß wie Bolle an dem Tag und du sitzt in deiner Butze, streamst das Ganze und heulst rum. ...unten bleiben werden. Ähm, gehen wir mal davon aus, dass die von der Polizei jetzt nicht erwischt werden heute. Und selbst wenn sie erwischt werden, was kriegen sie maximal? Einen Platzverweis? Das Problem ist, dass das ihnen... Ja, wie tiefer kann man denn noch fallen? Einen Platzverweis bekommen? Super. Kommen sie nächste Woche wieder. Eine Leere sein wird. Das wird lediglich sagen, äh, ja, wir haben ja nur einen Platzverweis bekommen, also können wir das hier noch einmal machen. Ähm, ja, wahrscheinlich. Ähm, du könntest aber theoretisch auch aufhören, das zu streamen und das nicht allen zeigen und ihnen damit auch die Aufmerksamkeit nehmen. Vielleicht würden sie dann nicht wiederkommen. Aber, naja, du fährst halt lieber diese Schiene und die Konsequenzen siehst du halt. Du hast öfters Besuch. Dann werden sie das nochmal machen und, äh, vielleicht dann noch einen Schritt weiter gehen. Ähm, äh, mich körperlich angreifen, das ist dann der niedrigste Punkt aller Zeiten. Äh, ich weiß nicht. Rein, nee, du wurdest, ich sag mal, so gut wie nie körperlich angegriffen. Meistens bist du der, der vor's Tor gegangen ist und versucht hat, Leute zu attackieren. Das ist letzten Endes etwas, was ganz unten ist. Äh, irgendwie hast du gerade auch einen Sprung in der Platte. Das mit ganz unten hast du jetzt ein paar Mal wiederholt. Du wirkst jetzt auch nicht gerade wach und es ist mittags. Das ist extrem traurig. Ich hab echt Mitleid mit solchen Menschen, weil... Das ist auch gut, dass du Mitleid mit solchen Menschen hast. Du in deiner erhabenen Position, das kann ich verstehen. Ich weiß nicht, was denen im Leben wieder erfahren ist, dass die auf die Art und Weise versuchen müssen, Aufmerksamkeit zu bekommen. Das geht nicht um Aufmerksamkeit. Das ist vielleicht noch irgendwie ein Bonus dadurch, dass du die filmst und reinstellst. Aber das sind einfach vier Jungs, die Spaß haben. Die treffen sich und haben halt einen coolen Tag. Ich hab echt kein leichtes Leben gehabt mit diesem ganzen Hate und Mobbing schon in der Schulzeit und auch nach der Schulzeit. Ich hab's nicht nötig, mich vor andere Leute... Wir wissen doch mittlerweile, wie das angebliche Mobbing zu Schulzeiten aussah. Du wurdest geschnitten. Du warst der komisch müffelnde Typ am Rand. Du hast deine Mitschüler verprügelt. Danach wollten weder deine Mitschüler, die anderen, noch die Lehrer irgendwas mit dir zu tun haben. Und du sagst, du wurdest gemobbt. Also aus deinen Geschichten, die du erzählt hast, ging ja vor, dass du der Aggressor warst. Die Haustür zu stellen und zu sagen, ja, seht mich an, seht mich an. Ich bin das, ich bin das, ich hab das. Reini, du filmst sie. Du stellst das Ganze online. Wenn du das lassen würdest, wirst du auch auf jeden Fall diese Motivation nehmen. Aber es scheint ja nicht dein Interesse zu sein. Keiner wird sich für deinen normalen Content interessieren. Aber halt für diesen Hate-Content, die Besuche, das gibt dir Aufmerksamkeit. Das ist der Grund, warum es ins Internet gestellt wird. Ich hab das. Natürlich sage ich, wenn Hater von meiner Tür sind, was ich alles hab. Weil im Vergleich zu ihnen das ja auch der Fall ist. Ja, was du alles hast. Ja, wir sollten das mal von der heutigen Sicht betrachten. Du hast ein Haus vererbt bekommen. Das hast du nicht mehr. Du hattest mal einen Führerschein. Du warst auch mal gesund. Eigentlich hast du nichts mehr davon. Das Einzige, was du hast, sind Schulden. Und deinen guten Freund Uwe. Naja, ich möchte nicht wirklich mit dir tauschen. Wenn man es auch in dem Fall sieht. Jetzt fangen sie an, mit Luftballons aufzublasen. Ähm, ich hab meinen Hof so schön sauber gehabt. Jetzt ist es hier überall. Ja, ganz toll, wie dein Hof sauber ist. Wirst du uns erzählen, dass sie da hinten, diese ganzen Bretter, die rumliegen, diesen ganzen Pappgattons von Amazon, die du ausgepackt hast, wo du irgendwelches Zeug auf deiner Bettelliste hattest, dass die jetzt von den Hatern dahingestreut wurden, die ganzen Sachen? Wohl kaum. Farbe, es ist überall Dreck. Es liegt wieder überall Scheiße rum. Ja, das ist dein Hof, Reini. Du solltest vielleicht mal draußen aufräumen. Und wenn du gerade schon dabei bist, auch drinnen aufräumen. Da sieht es nämlich genauso aus. Und da war kein Hater. Das hat so Zeit daneben, weil man kann halt nicht wirklich irgendwas machen damit. Hater haben sich in den letzten acht Jahren keinen Stress. Ja, sie gehen jetzt auch ans Extremste. Sie werfen gerade Luftballons über den Zaun. Also ich kann schon rein das Empörung verstehen. ... weiterentwickelt. Nicht mal minimal. Im Gegenteil, sie haben sich eher zurückentwickelt. Das ist eher Neandertaler-Verhalten, was sie abziehen, als intelligentes Verhalten. Oder es gibt mittlerweile noch mehr Hater als früher, als Beispiel. Tja, Reini. Du weißt aber noch gar nicht, was dich erwartet. Das wird irgendwann noch viel, viel mehr. ... letzten Endes aufgegeben oder verloren haben. Es hat ja Rocksau aufgehört. Ja, aber Rocksau kam auch wieder. Und er ist auch wieder da. Grüße gehen raus an Rocksau. Gucke ich mir auch sehr gerne an. Super Typ. Dieser komische Pink-Hater, von dem ich zum Beispiel gar nichts wusste, bis er hier bei mir vor der Tür stand. Der hat ja die Kabel aufhören. All diese Leute, die sich immer hier hinstellen von meiner Haustür und sich damit brüsten, wie gut sie sind und wie überlegen sie mir sind und was weiß ich alles. Und dann auf der anderen... Ja, das sind halt Trolle und Hater, die wollen dich triggern. Und die meisten schaffen es ja. Schau dich an. Es sind irgendwelche Leute vor deinem Grundstück und werfen gerade Luftballons über den Zaun. Und du regst dich darüber auf und stellst es ins Internet. Und glaubt man nicht, dass es weniger Hater werden. Es werden immer mehr. Man sieht es ja auch gerade in den sozialen Medien, bei irgendwelchen Shows oder sowas, wie viele Pointen, die irgendwie mit dem Game zu tun haben, genannt werden. Und mehr Leute, die sich auch aktiv mit beschäftigen. Ja, schau meinen Kanal zum Beispiel an. Ich bin auch da. Und weißt du, was super ist? Ich habe zwar erst 15 Abos, das sind 15 mehr, als du hast. Das ist echt witzig. Aber Leute, wenn ihr Bock weiter auf die Videos habt, könnt ihr auch gerne eins da lassen, wenn ihr es noch nicht habt. Es kommen halt immer weiter Videos, wenn ich Bock habe. Und ich habe momentan richtig Bock. Es sei denn, sobald sie dann geleakt werden, also sobald die Situation ist, dass man sie leakt oder dass man sie plötzlich swattet oder sonst was, fangen sie sofort an, den Schwanz einzuziehen. Ja, Reini, das ist halt auch nicht clever, seine Adresse ins Internet zu brüllen. Beziehungsweise die der Schwester und der eigenen, wenn man seine Schwester beschützen will und allen mitteilt, wo sie wohnt, ist nicht so clever. Und die meisten Leute wollen keinen Besuch und wollen keinen Ärger. Die meisten Leute amüsieren sich einfach darüber, was du für einen Quatsch machst und wollen auch irgendwo darstellen, was du für Schandtaten in deinem Leben schon gemacht hast und dich eigentlich nur immer als Opfer darstellst. Du bist nämlich der Provokateur und du stachelst die Leute an. Es gibt genug Leute im Internet, die provokant sind, die, was immer vorgeworfen wird, dass die Hater dich nicht mögen, weil du dick wärst, weil du einen Akzent hättest oder weil du einen ausgeprägten Unterkiefer hättest. Es gibt genauso komische Vögel wie dich im Internet, aber die werden komischerweise nicht so gehatet wie du. Und dann solltest du dich mal fragen, was ist denn das Besondere an dir, dass dir das widerfährt? Das sind deine Lügen, deine provokanten Art, deine Belästigung, dein Umgang mit Frauen, deine verächtliche Art, wenn es zu Anschlägen kommt und Ähnlichem. Wenn du dir das sparen würdest, hättest du auch wesentlich weniger Hate und weniger Trolle am Hacken. Aber so ist einfach nur das gekommen, was du eigentlich wolltest. Immer mehr Aufmerksamkeit, immer mehr Hate. Bei Regenbogenstraf war es damals genau dasselbe. Alle haben gesagt, ja, Regenbogenstraf würde ich besiegen, bla 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 bla. Und hey, der Typ ist doch wohl eine Legende des Games. Der hat dich so ausgezogen. Das ist der Wahnsinn. Du hast dich ja auch so schön ausziehen lassen von ihm. Er war dir halt in jeder Situation überlegen. Du wolltest mit ihm spielen und er hat immer mit dir gespielt. Jedes Mal. Besiegen, er würde ich besiegen, er würde ich besiegen. Das ist immer ganz immer realistisch. Regenbogenstraf hat gegen mich verloren. Ach ja, warum hat er das gemacht? Weil sie aufgehört haben. Oder warum? Natürlich, das Leben geht für alle anderen weiter, Reini. Du bist der Einzige, wo das Game alles ausfüllt. Alle anderen haben noch ein Privatleben nebenbei. Haben Familie, haben Freunde, sind in Vereinen organisiert, haben einen Job. Und ja, das geht alles weiter. Irgendwann, hey, da kommen, hey, da gehen. Ich bin vielleicht auch nur eine Episode in dem Ganzen. Genauso wie die anderen auch. Irgendwann zieht man halt weiter und sucht sich was anderes. Man könnte jetzt einfach auch das Sprichwort sagen, der Klügere gibt nach. Ja, Reini, und du bist immer noch da. Das ist die ganze traurige Wahrheit. Ein Keks für ABCDEF. Turboaffe oder wie der Kaisen hat er verloren. Dann gab es zwischendurch... Reini, die sind alle irgendwo noch da in deinem Kopf. Und die machen dich immer noch fettig. Dann suche ich noch den BibelTV. Der war damals auf YouKnow, RedTV. Jetzt heißen sie halt anders. Und dann gab es früher eine Zeit lang noch... Das ist jetzt schon länger her. Dann gab es den... Wie hat er geheißen? Dann gab es den... Ja, Ding wahrscheinlich. Ja, aber du siehst ja, die einen gehen, aber es kommen andere nach. Deine Provokationen hören nicht auf und die Leute werden kommen, um dir die Wacht anzusagen. Ach so, wen es noch gegeben hat, war der Captain Metal. Das war jemand, der hat so Sachen gezeichnet. Und dann gab es jemand, ne... Ach, es gab auf jeden Fall eine ganze Menge. Ja, und es gibt viele coole Typen im Game. Es gibt natürlich die Leute, die einfach die Reactions erstellen. Ich sag mal, das ist ja auch eine recht einfache Sache. Aber es gibt welche, die sind ja wahnsinnig kreativ, künstlerisch. Die machen coole Zeichnungen und Darstellungen. Andere machen Lieder. Es ist der Wahnsinn, was sich doch entwickelt hat um das Game herum. Das ist doch einfach klasse. Und von dir kommt halt kreativ, ja... Skür, skür, klasse. Wenn man allein diese Hater nimmt, das sind mindestens 10, 15 Stück gewesen, die mit tausenden von Zuschauern da waren und meine Sachen gerestreamt haben, neu hochgeladen haben und, 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 und. Ähm, Kinski-Hater war zum Beispiel noch jemand, den ich gedacht hab unter Schmutzlad. Äh, all diese Leute, die gibt's nicht mehr. Die gibt's nicht mehr. Die machen keine Videos. Ja, die haben sich alle aufgelöst, sind gekommen aus dem Nichts und sind alle weg. Nein, Reini, die führen alle ihr Leben weiter. Natürlich. Die haben alle ein Privatleben. Die machen halt mehr, äh, fressen, daddeln und sich stimulieren und dann komische, unmotivierte Videos ins Internet blasen. Videos mehr, die machen keine Streams mehr, die sind auch bei mir noch mal vor der Haustür gewesen zwischendurch und das ist halt jedes Mal derselbe Scheiß. Die Hater brüsten sich damit, dass sie so viel besser sind, so überlegen sind und, äh, selbst wenn ich sage, dass der Hate weniger wird, dann stehen dann am Wochenende plötzlich mal 100 Leute hier. Aber das... Ja, Reini, merkst du was? Wenn du provozierst, dann kommen die Hater. Das ist doch komplett logisch. Verstehst du das nicht? Das beweist nicht, dass ihr mehr seid. Das beweist auch nicht, dass ihr überlegen seid. Nee, aber das beweist halt, dass du das Game nicht verstehst und du bist irgendwie der Einzige neben Sascha Lobo. Das beweist nur, dass ihr in dem Moment, das beweist nur, dass ihr in dem Moment, wo ihr hier seid, äh, einfach, ja, kleine Kinder seid, die einfach rumschreien, weil sie auf die Art und Weise versuchen, Aufmerksamkeit zu heischen. Reini, du filmst sie. Und du bist derjenige, der andauernd das Dorf zusammenschreit. Da gibt's ja Aufnahmen, das ist gruselig. Dass die Nachbarn oder die Dorfgemeinschaft da noch nicht irgendwie eingeschritten ist, ist ja eigentlich ein Wunder. Also ich hätte eigentlich erwartet, dass die sich mal hinsetzen, ähm, bei irgendwie der nächsten Versammlung und die Worte fallen, es muss wie ein Unfall aussehen. Also, das ist ja dein Verhalten in dem Dorf. Du hast die Leute terrorisiert. Du bist der Grund, warum alle da hingekommen sind. Das sollte dir doch wohl klar sein. Es gibt so viele Internetberühmtheiten, die nicht so ein negatives Feedback bekommen haben wie du. Da bist du wirklich einmalig. Im Prinzip ist es wie bei gegenteiliger Psychologie. Wenn du zu einem Kind sagst, mach das nicht, dann macht es das hundertprozentig. Hundertprozentig sammeln sich auf einen Schlag die ganzen Hater zu einem Gegenschlag, in Anführungszeichen. Aber daran ändert sich dann nichts. Und, äh, das ändert sich daran, dass es weniger wird. Das ändert auch nichts daran, Ja, der Hate wird weniger. Garantiert, Raini. Dass sich der Hate verändert. Die Hater bekämpfen sich unter anderem mittlerweile. Nee, Raini. Äh, es gibt Hater-Hater natürlich. Das ist untereinander. Es werden teilweise auch Leute geleakt. Finde ich auch nicht cool. Ähm, aber es wird definitiv nicht weniger. Und was eigentlich wahnsinnig schlimm für dich ist, am Anfang warst du ein, sag ich mal, unschuldiger Dulli, der Quatsch gemacht hat, den keiner ernst genommen hat, und du wurdest getrollt. Und irgendwann wurdest du immer aggressiver, und auch die Hater wurden immer aggressiver. Und es gab immer Sachen, die haben das Ganze noch weiter auf die Spitze getrieben. Zum Beispiel damals, als du den, äh, veganen, äh, Jahn-Metzger leaken wolltest. Da kam ja wohl, äh, ein Gegenschlag gegen dich danach. Das hast du aber auch ganz allein provoziert. Und solche Aktionen bringst du ja immer wieder. Setz dich hin und sagst, ich bin besser als die Hater. Ich würde nie jemanden leaken. Und wenn du dann die Chance dazu hast, dann haust du immer mit voller Gewalt raus. Oder versuchst es zumindest. Weil es schon gegenseitig. Und, äh, dann braucht man sich nicht wundern, dass die in ihrem Leben nichts geschissen kriegen, wenn sie sich die ganze Zeit gegenseitig bekriegen und bekämpfen. Die kriegen in ihrem Leben nichts geschissen, Reini. Du lungerst die ganze Zeit zu Hause rum. Du hast keine Ausbildung. Du hast keinen Job. Du hast keine Familie mehr, weil du sie vergrault hast. Du hast keine Freunde mehr, weil keiner mehr deine narzisstische Art erträgt. Jetzt wirf das doch nicht anderen vor. Die anderen haben ein Leben. Ich kann es gerade sehen. Da stehen vier Jungs zusammen und freuen sich wie Bolle, weil sie gerade vor der Schanze stehen und ihren Spaß haben. Das verstehst du halt nicht. Die anderen, die haben ein Leben. Du bist der, der in seiner komischen Schanze festsitzt. Ich stehe ganz, ich sitze ganz normal hier am Rechner, rede ganz normal mit euch. Ganz normal. Du streamst gerade ins Internet, wie hier Leute vor deiner Tür stehen. Das ist nicht normal. Das ist einmalig in Deutschland. Ich bin auch überhaupt nicht aggressiv oder was. Ich bin ganz ruhig gerade. Und der Grund, warum ich rausgehe, warum ich mich aufrege, warum ich Leuten aufs Maul haue oder warum ich rumschreie, ist nicht, dass ich... Ja, kann ich auch ganz einfach erklären. A, hast du keine Selbstkontrolle und B, möchtest du immer weiter provozieren und dich als besser darstellen. Und wenn du glaubst, du hast mehr Kraft als andere, versuchst du sie körperlich zu konfrontieren und du brüllst immer rum, weil du tatsächlich geglaubt hast, die Leute würden sich gegen die Besucher stellen. Nur den Leuten in deinem Dorf war klar, sie könnten nichts gegen die ganzen Besucher machen, die da hinkommen. Aber sie können was gegen was anderes machen. Die Ursache dafür, dass die Leute da hinkommen. Und diese Ursache, das bist du. Und später wird sie auch so sein, hier wird die Schanze abgekauft und damit ist deine Grundlage als Anwohner im Skirchen beziehungsweise im Altschauerberg weg und damit sind die Leute dich endgültig losgeworden. Und du weißt ja, wie gut die Leute es fanden. Sie haben ja erstmal ein Fest ausgerichtet, weil sie dich los waren. Ich habe ein Problem mit meiner, wie mir vorgeworfen wird, Impulskontrolle, sondern das Problem ist... Nein, Reini, du hast eine ganz normale Impulskontrolle. Absolut. Du schlägst gegen Autoscheiben, brüllst die ganze Zeit rum wie ein Irrer, hast ja selbst einem Polizisten, einem zivilen Polizisten versucht, den Dienstausweis aus der Hand zu reißen. Also, du erzähl mir doch mal was von Impulskontrolle. Dass ich einfach so oft aggressiv und brutal angemacht werde und mein Zeug kaputt gemacht werde und so weiter, dass ich einfach keinen Weg mehr sehe, mich anders zu wehren, als rauszugehen. Ja, wie wär's denn mal mit sich löschen? Obwohl es da wahrscheinlich einfach schon zu spät war. Aber vielleicht Jahre vorher, auch wenn er sich heute löschen würde, es wird ja abebben. Das Interesse wäre ja weg. Es kommt ja nichts Neues mehr nach. Es würden noch ein paar Leute hinfahren, mal gucken, was los ist. Wenn er nicht darauf reagiert, es wird den Leuten doch langweilig werden. Und in dem Moment, wo seine Provokationen weg sind, gibt es auch keinen Grund mehr, da hinzufahren. Keinen Anreiz mehr. Die Leute von meinem Grundstück zu schubsen oder ihnen aufs Maul zu hauen und so weiter. Wobei ich im Namen... Reini, wir wissen, mit aufs Maul hauen, das ist nicht deine Stärke. Als du mal mit einem Stock vor die Tür gegangen bist, hast du dir den selber ins Gesicht gehauen und dir dabei den Zahn ausgemittelt. Also, ich würde nicht so riesen Reden schwingen, wenn ich dabei so feile wie du. Im Normalfall nicht mal der bin, der zuschlägt, sondern im Normalfall der bin, der zuschlägt, wenn er angegriffen wird. Nee, du bist eigentlich immer der, der rumbrüllheult und auf die Leute zugeht. Du bist der Aggressor, wenn du nach draußen gehst. Auf deinem Grundstück ist doch nie einer. Du gehst nach draußen und suchst die Konfrontation. Dann meistens hat er ein wenig größerer Schlag. Und da fliegen schon wieder die ersten Sachen. Der schmeißt jetzt hier mit Kürbissen aufs Grundstück. Und letzten Endes... Keine Ahnung, konnte ich nicht sehen. Das ist das Gleiche wie die ganze Zeit schon. Ich weiß nicht, was ich davon noch sagen soll. Und dieser Einspieler sollte am Ende nochmal zeigen, ja, die Polizei ist gekommen und damit wurde auch Schluss gemacht. Boah. Da er jetzt nicht mehr den Außenbereich filmt, kann ich hier auch mal dieses Kästchen zurückbauen, obwohl mir Rainer da drin sehr gut gefallen hat. Naja, die Knaststaffel haben wir ja leider nicht erlebt. Und es geht weiter von Rainer. Ohne die Hater hier abziehen ist nicht lustig. Ich bin jetzt erst aufgestanden. Und es geht mal wieder um die Hater. Ich habe jetzt auch keine Lust, meinen Tag mit Aggressionen zu verbringen beziehungsweise mit Aggressionen zu starten. Deswegen sitze ich jetzt immer noch ganz normal hier. Du möchtest den Tag nicht mit Aggressionen starten und die Hater gar nicht erwähnen am besten, damit sie nicht provoziert werden, damit sie wieder zu dir kommen. Du willst den Anreiz völlig vermeiden, wie ich sehe. Deine Polizist kann mit mir reden. Tschö, tschö. Heute wollte doch nichts von dir. Ist das Zimmer, das Fenster im Schlafzimmer offen? Wollte ich euch heute mal zeigen, was am Wochenende wieder alles vorgefallen ist. Ja, jetzt gleich muss ich wahrscheinlich ein bisschen schneiden. Ich möchte nämlich nicht den Außenbereich zeigen. Das ist halt eine rechtliche Einschränkung, die es halt gibt bei Aufnahmen. Öffentlicher Grund darf nicht gefilmt werden. Reini war das natürlich völlig egal. Er hat es einfach ins Internet rausgeblasen, bis es mal irgendwann Konsequenzen gab und er halt verurteilt wurde und eine Strafe bekommen hat. Mal abgesehen von den üblichen Geschichten, hat jemand ein riesiges Plakat versucht, an mein Tor zu hängen. Da sind wieder ein paar Luftballons hier reingeworfen worden. Luftballons? Nein! Diese Schweine, diese hinterlistigen. einen Haufen ab. Ja, Reini, ich bin mir ziemlich sicher, das meiste davon ist dein Restmüll. Voll. Und das Übliche. So, er zeigt jetzt ein bisschen sein verdengeltes Tor und behauptet halt, es sei kaputt gegangen bei diesem Angriff der Hater. Also, ich habe jetzt nicht gesehen, dass irgendein Hater dieses Tor überhaupt angefasst hat und das Ganze als Tor zu bezeichnen, finde ich eh ein bisschen fragwürdig. Das sieht ja aus wie ein Schrotthaufen einfach nur noch. Naja, und weiter geht's. Reingeschmissen, dann steht's da aufrecht. Polizei mitnehmen, hat aber nicht in ihren Bus gepasst. Jetzt müssen sie mal vom Bauhof jemanden anrufen, der da hin, der dann daherkommt und sich das dann abholt. Ob das die kleinen, schmächtigen Hater waren, die vorher gerade bei ihm waren, bezweifle ich mal, ehrlich gesagt. Kürbisse. Ja, lecker. Kann man da eine schöne Suppe draus machen, Reini. Schnapp sie dir. Liegen hier überall innen. Äh, was noch? Hat der gerade, hat der das gerade gegendert? Liegen hier überall innen? Hört sich ein bisschen so an. Ach, äh, hier. Das hier war alles schwarz. Äh, das ist eine Kugelbombe gewesen. Eine wunderschöne Perspektive, Reini. Sieht super aus. Richtiger YouTube-Profi. Äh, ähm, genau. Ach ja, da sind auch noch mal Ballons und das ist halt so richtig daneben. Also mein ganzer Hof ist ja in die Luft geflogen dadurch. Ja, eine Riesenbombe reingeschmeißt. Ganz im Kirchen war tot. Durch diesen Riesenanschlag. Oder übertreibst du gerade wieder ein B nicht? Ja, das eine Tor ist sogar leicht vorher gefangen. Richtig ätzend. Das Tor, das aus Metall-Sachen besteht, ein bisschen Stacheldraht, ein Gitter, das hat gebrannt. Glaube ich sofort, Rainer. Na gut, ähm, hier wollte ich euch mal zeigen. Und nein, das ist kein Sauerstall, sondern das sind hier lauter ungeöffnete Kartons, in denen vermutlich in nahezu jedem sowas hier oder halt das Blaugraut drinnen ist, Sauerkraut und so weiter. Ja, ich hab noch nicht geschafft, die loszuwerden. Ähm, da, da wo ich die hinbringen wollte, ich die nicht hinbringen kann und abholen können, das ist aktuell nicht. Ich hab ja selbst momentan noch kein Auto, wohlgemerkt noch. Ja, blöd, du wirst auch später kein Auto mehr haben und keinen Führerschein. Schade. Noch nicht. Ist aber alles schon in Planung, hab ich alles schon soweit im Griff. Äh, ich hab ja jetzt die Pfändungen, ähm, geschafft, zu klären. Tja, Reini, das wird aber auch nur eine Episode in deinem Leben sein. Später wirst du wieder Schulden um Mass haben. Freitagabend letzte Woche hab ich mir ein neues Mikrofon bestellt mit XLR-Anschluss für meine, den Namen vergessen, für mein Sampler, also für mein Soundboard, also mein, Quatsch. Oh, dieses Soundboard hab ich auch gehasst wie die Pest. Soundboard für mein, äh, na, mir fällt der Name nicht ein, bin ich jetzt bescheuert. Möchtest du eine ehrliche Antwort darauf haben? Komm, gleich hab ich's. Für meinen Mischpult. Drecks Tür. Eine der vielen Sachen, die ich nicht vermissen werde, wenn ich weggezogen bin. Insgesamt fast 500 Euro. So, mein Schuh hat überlebt, hab mich selbst gewundert, obwohl er... Was hat er überlebt? Dass du dich drauf fallen lässt oder um was geht's gerade? Definitiv hier. Nicht besonders gut, aber was soll's. Ähm... Reini, ich geh davon aus, dass du zu diesem Zeitpunkt schon weit über 200 Kilo gewogen hast und dieser Stuhl wahrscheinlich für 130 Kilo ausgelegt ist. Ich weiß es nicht, wo zu Gaming-Stühle normalerweise ausgelegt sind, aber halt nicht, äh, für ein Gewicht von zwei adipösen Personen quasi, die drauf sitzen. Ich werd jetzt noch ein, zwei Videos aufnehmen für heute und vielleicht noch, wenn ich's schaffe, für morgen. Ich weiß noch nicht, aber ich will Lust, Leute, noch ein Video machen, das soll. Ja, bitte. Wir brauchen noch mehr Schmuddelkram. Nee, lass es bitte. Und bei der Qualität, die deine Videos haben, könntest du auch 100 am Tag aufnehmen. Da ist ja eh nichts Besonderes drin. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht mach ich eine Abstimmung oder ich schau mal, weil wirklich ersichtlich ist es leider nicht. Ich hätte gleich eine Abstimmung machen sollen dadurch. Ja, aber bitte du Oger einfügen, dann weiß ich auch garantiert, was ich ankreuzen muss. Danke. Ähm, wir machen eine Abstimmung, äh, die gilt bis heute Nacht um zwölf Uhr. Ich werd's so machen halt, ähm, schaut einfach mal in den Kommentarbereich, also in den Community-Bereich, ne? Ah, warte kurz. Ich geh mal gerade auf deinen Kanal. Ach, nein, das hab ich ja ganz vergessen. Du bist ja leider gebannt. Ach, das tut mir leid von ganzem Herzen. Bitte glaub mir. Bin ganz ehrlich. Ähm, ich glaub, bei manchen heißt es Beitrag, bei anderen heißt es Community. Ist dann, äh, mal für alle. Ich bin heute aber auch ein bisschen zynisch, oder? Ich hatte einen guten Tag. Will mal ein größeres Ergebnis kriegen. Tschö, tschö. Tschö, Reini. Naja, das war ja wieder ein ziemlich unnötiges Video. Er hat sich Pizza gemacht, anscheinend. Er hat uns erzählt, wie hart er am Arbeiten ist, Computerspielen, zig Vlogs ohne Inhalt aufnehmen. Es waren vier Jungs vor seiner Haustür, die anscheinend Spaß hatten. Reini hat ein bisschen rumgenörgelt. Danach hat er uns seinen sehr, sehr dreckigen Hof gezeigt, der halt aussieht wie immer. Ob das jetzt an den Besuchen liegt? Wohl kaum. Er müsste einfach mal aufräumen. Er tut's halt nicht. Es wird immer so gleich aussehen. Naja, damit sind wir zum Beispiel mit den beiden Vlogs jetzt mal durch. Sehr schön. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr da wart. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr ein Like oder ein Abo da lasst. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und falls ihr schon vergessen habt, wo ihr hier seid. Du heißt Gerstum Rüdiger, heißt du? Genau, beim Rüdiger. aber. Untertitelung. BR 2018